Hallo Leute und herzlich Willkommen zu The Forest mit It's Gummy. Moin Leute. Genau, heute gehen wir, oder wir sind ja schon in der Höhle, aber wir gehen heute tiefer in die Höhle. Wir müssen hier ein bisschen erkunden, was hier so abgeht. Gehen wir hier runter, oder? Ne, warte mal kurz, ich weiß gar nicht, wo das hier war. Brauch mal Licht, warte mal. Wir haben ja eine Taschenlampe gefunden. Ja, warte mal kurz, warte mal kurz. Ah, stimmt, wir haben eine Taschenlampe. Können wir... Oh, was ist denn... Hey, ah, hier. Was bringt... Oh, shit. Alter, das ist laut. Was bringen diese Dinge? Gar nichts, glaube ich. Okay, cool. Okay, wir gehen drunter, würde ich sagen. Okay, können wir hier tauchen? Hier können wir doch tauchen, oder? Da ist ein Seil. Ja, wir gehen mal kurz hier. Ja, oh mein Gott, guck mal. Was ist das? Oh mein Gott, ich glaube hier... Ich glaube hier unten ist ein Alpha, glaube ich. Also ein Boss. Echt? Ja, einfach... Nein! Ja, ist ein Tod. Komm, du musst mich... Oh mein Gott, du bist jetzt runtergegangen. Ich bin jetzt hier in den kleinen See gegangen. Alter, ich bin... Oh mein Gott. Hä? Ich bin so dumm. Nee. Komm, komm, komm. Nicht sterben, bitte. Nein, Nashorn. Und bitte mein... Nashorn? Geh wieder rauf, geh wieder rauf. Das, 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 der Rambock. Da unten ist der Rambock. Welcher Rambock? Da unten ist der Rambock. Der Rambock. Das große Teil. Du musst hoch. Was lade hast du? Das... Nee, nee, nee. Das der Boss und das der Boss. Dein Boss? Du musst hoch, du musst hoch. Der, 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 der auf dich zu rennt. Dann stürzt er dich einfach um, Digga. Oh mein Gott, der her. Oh ja, den hatte ich auch schon mal. Die sind richtig scheiße. Der, 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 da musst du auch passieren. Oh, guck, oh nein, mein Cola ist. Oh nein. Ein Glück war's zu. Alter, mir ist einfach gerade mein Cola umgegibt. Glück gehabt. Wir müssen uns jetzt kurz in Taktik ausüben. Ja. Was machen wir denn? Also wir... Loll, es ist ja und ist gut. Wir könnten von Jumen einen Molotow-Runderschied vielleicht trifft hier. Ich hab keine mehr. Als ob... Aber ich hab ganz viele, ich hab ganz viele, warte mal. Aber ich hab ne Spray zu tun, so. Ich schieß das mal runter. Was hab ich denn alles ausgerüstet hier? Okay, boh. Ja, wollen wir am Grunde gehen? Also ja, komm gern runter. Soll es ist am durch die Map gefallen. Ja, und dann versuch auf ne hohe Position zu gehen. So auf den Stein, wo man... Wo er uns nicht hinten kann. Weil ich, also ich weiß... Vielleicht hast du genug Zeit zum Ausweichen. Ich weiß nicht, wie der so kämpft. Ja, ich weiß auch nicht. Oh shit, Alter, hab ich mich erschrocken, Digga. Muss kurz ein bisschen Energie aufladen. Och nö. Oh shit. Oh mein Gott. Ja, warte, ich bin schon rum, Digga. Hä? Oh mein Gott. Mich hat er ja auch gleich. Hä? Ja, ich bin auf ne hohen Position. Warte mal, ich glaube, ich kann mich hier oben nicht kriegen. Okay, warte mal, dann schiebe ich mal mit dem Bogen. Aber er rappt mich halt die ganze Zeit. Ja, komm mal, komm zu mir, komm zu mir. Oh mein Gott, er ist so dumm. Alter. Oh, ich hab ihn... Wo bist du, Digga? Einmal gehittet, zweimal. Ich bin hier oben. Achtung. Wo? Hä? Wo bist du denn? Ich hab mich irgendwie in die Wand hochgepackt. Oh Gott. Oh, Alter. Ich kann hier hoch. Er hält mich um. Alter, wo bist du? Ich bin direkt neben dir, praktisch. Ich bin tot. Ich hab dich nicht gesehen, Digga. Ich hab dich nicht gesehen. Kannst du mich hier probieren, äh, zu re-rifen oder so? Wow, er springt einfach hier hoch. Kannst du mich re-rifen? Ja, ich bin dran. Oh fuck. Komm schon. Ja, ich hab's geschafft. Oh fuck, ich bin tot. Scheiße, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das schwierig. Glück haben wir oben gespeichert, dann können wir direkt wieder rum. Ich kann nichts machen, Digga. Ich kann nichts machen. Ihr versucht zu re-vipen oder so. Hä? Hallo? Ich kann nichts machen, ich bin draus. Du bist raus. Aus dem Spiel? Was ist das? Nein, ist nicht das Spiel abgestürzt. Nicht schon wieder. Ich bin so ein... Ich bin im Eis, bin ich wieder... weg. Wo bist du denn? Ich bin... Ich liege da, wo du auch gestorben bist eigentlich. Warte mal. Boah, Alter. Hört mal ganz gut hin. Ah, ist schon mehr. Warte mal, ich muss kurz meine Crew aufmachen. Wenn du nicht gleich kommst. Oh fuck. Oh shit. Okay, nice, nice, nice. Danke. Okay. Das Ding ist, er geht immer nur auf einen von uns beiden. Das heißt, der eine kann ihn so ein bisschen locken und der andere... Ja, ist bald tot. Er ist bald tot. Er blutet schon heftig. Er ist tot. Er ist tot. Oh mein Gott, wir haben ihn einfach erliegt. Oh, Achtung. Keine Ball. Oder? Ja, hinter dir, hinter dir. Ich will looten, Digga. Oh, ich will looten, Digga. Oh, ich will looten, Digga. Oh, ich will looten. Oh, zoller Alter, komm, gut. Ja, easy. Easy going. Ne, alter, ich kann nicht mehr looten, Digga. Hi, warte mal, dann kann ich jetzt machen, warte mal. Habe ich schon? Ich habe schon. Genau hin. Alter, aber zieh sie nicht an, zieh sie nicht an, die Dings. Alter. Ich brauche einen Schluck, Alter, auf das. Wäre, äh. Wäre, das ist, keine Ahnung. Äh, wie kann ich denn den Raw Rabbit essen? Okay, jetzt am besten nicht mehr umfallen Äh, ja, also ich hab, ich hab jetzt mal die Mutantenrüstung genommen, aber ich behalte, also Ich zieh die noch nicht an Ja, warte mal kurz, ich check's gar nicht mehr Kannst du, hä? Warum, warum kann ich mein, äh, Harz nicht essen? Was ist mit, was? Ich kann mein Harz nicht essen Also mein, mein Ja, vielleicht ist er nicht, vielleicht ist er nicht geräuchert Aber steht ja Ah ja, stimmt, oh mein Gott Er ist halt wirklich nicht geräuchert Ja, okay, das ist belastend Ich hab halt auch keine, ich hab jetzt auch keine Ments mehr Oh, hier ist noch Dynamit, nimm das auch noch mit, wenn du kannst Ich kann nicht mehr Dynamit mitnehmen Oh, hier hinten sind auch noch Seile, oh mein Gott Elektronik Ja, hab ich halt full, also Seile hab ich full Elektronik auch Und Karten, so ne Ja, hab ich auch gefunden Äh, Flares, bist du auch full? Warte, vielleicht kann ich mir irgendwas craften mit meinen Fällen Die ich jetzt hier habe Ich, 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 mich nimm mich mal etwas wundern Kann ich eigentlich Was ist eigentlich, wenn ich den Mutanten anzuhe, bekomm ich da dann Knochen? Crafte das mal Weißt du das? Wahrscheinlich nicht, oder? Guck mal was, guck mal was ich gecraftet habe Was ist das? Was? Ah, ich keine Ahnung Mit dem kann ich Bären aufsammeln Also, weißt du so Bären halt Oh, lol Ist ja geil Warte mal Aber, ja, boah, das hat jetzt aber nicht den Will etwas mit Seilen craften Was kann ich denn craften? Ich kann das, ich kann das die Schneeschuhe Schuhe Ich habe eine Ahnung für was, aber dann habe ich die Limited Company Okay Kann ich sonst noch machen? War kurz, war kurz Ich bin hier noch kurz am Kannibalen anverfenden Ja, alter, bei mir hat es voll gespackt Ich habe, äh Ich war eigentlich im Spiel drin, aber ähm Bei mir hat es das ganze, das Inventar offen Und ich konnte es nicht mehr zutun Ah, lol Ja, okay, das belasten, halt I'll rock back Ja, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall Ich kann jetzt die Seile hier mitnehmen Zumindest das Ich auch, komm Halt Da kann nur viel sein Viel Batterie habe ich noch Okay, ähm Geben wir mal hier nach hinten, oder was? Oder wie, oder was? Äh, ja, warte mal Okay Hier Gibt es eigentlich auch Mutantenfleisch, oder wie? Ja, also wenn jetzt hier schon so ein Endgegen, also so ein Boss hat, dann ist sie halt, äh, seltenlos Ja, dann ist sie halt, äh, seltenlos Ja, dann ist hier seltenlos, was wichtig ist Vielleicht der Bogen, haha Alter, wie eng das hier ist Meinst du? Bogen? Hm Das könnte halt auch die Motorsteil, äh, Dings, nicht, ne, ne, glaub nicht Na, die, na, die sind ein anderer Nord, die ist Haben wir hier Dynamit? Ja, ja Also ich, vorne hätte es als Auto Okay, okay Ich zähne dir Ich geh mal ein bisschen weg, weil Okay, wir müssen, ich, ich Ich bin nicht mehr Wie muss ich das schon wieder machen? Anzünden Und dann mit Ah, okay Boah, ich dachte gerade nur Von mir ist das gerade so Wow Alter Push, push, push Push, 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 let's go FBI, oh Oh, ist, oh Ich hab, oh, was ist das? Okay Das sind nur Köpfe Ich check's nicht Oh, nochmal Nochmal, okay, soll ich nochmal? Ja, ja, mach nochmal Ich geh hier wieder raus Ähm Boah FBI, open up Und jetzt rein da Alter, aber Ey, aber ich hab fast kein Leben mehr, ne Also Oh, schimmlich auch, oh mein Gott Also, komm, komm, wir essen hier kurz was Ah, können wir, komm, wir gehen kurz hoch Ich weiß ja nicht, ob das Hast du Komm, wir gehen kurz hoch Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da oben auch noch irgendein Monster ist Oh Gott, da oben sind die Kannibalen Und Babys Oh Gott Ach, nö, Digga Achtung Oh Gott, scheiße Aufpassen Nein, ist runtergefallen Oh Gott, kannst du den bitte kurz hier Bei mir Pass auf, ich bin fast tot Ja, ich auch Ich, bei mir ist du schwarz-weißer Bildschirm, Alter Oh Gott Sie haben mich von hinten Hier war ich ja, Gott Von letzt Echt? Da war ich ja Wir sind wieder hier Lol Ich weiß nicht, wir müssen kurz Ich hab Achtung Der, an der kommt nicht Gewand Davon ist ja auch mein Lager, wo ich aufgeschlagen habe Jo Achtung, ich weiß nicht, was hier kommt, ne Und da vorne war ja der Bostar Stimmt, da waren wir Ja, hier sind wir dann gestorben Oder Hat es doch Das Spiel abgestürzt, oder? Und ich hab keinen Leben mehr Ich muss kurz was trinken Können wir irgendein Lager machen, weil ich sterbe sonst Ja, dann speichern wir Oh, hier hat es Metz Hier hat es Metz Und ich hab auch hier Warte mal, ich esse kurz mal ein bisschen Oh, hier, bei mir Perfekt, Digga Hä, wo? Ja, am Boden Oder nicht? Äh Ja, doch hier Nee, hä? Ja, okay, dann nicht Hä? Hä, weißt du? Wahrscheinlich hat es nur noch ein Ding Hier hat es ein Zell, komm Wir können ja hier kurz speichern und schlafen Ja, ich will es mit Nee, schlafen besser nicht, weil ich hab ein Ausdauer voll Aber willst du hier speichern, oder nicht? Ja, ja, krass Ich will zuerst meine Metz haben Ähm, weißt du auch so krass Ich schlafen Ja, vorhin, äh, es bietet hier die ganze Zeit so ein Kannibali und her Oh ja, und er kommt nicht an den Kreis Und jetzt noch, ähm, Dings Äh, erstens mal Laptops und zweitens mal Kanister für Benzin Und hier müssten wir tauchen Kurz, ich bin ja grad Okay, ähm Ja, nee, aber da waren wir, da waren wir ja schon Also, da geht's ja nicht mehr weiter Ja, da war ich ja das letzte Mal schon Also, hier können wir tauchen Ja, da war ich halt, ich hab mir zu dir gesagt, ich muss tauchen, da war ich ja Achso, und hier bist du dann rausgekommen, oder was? Äh, achso, rausgegangen Ja, und hier, also, nee, hier bin ich halt dann rausgekommen, hier Ah, okay, ja, dann gehen wir jetzt in andere Weiter Es gibt doch nur eine andere Richtung, oder? Ja, hier oben doch, oder nicht? Hinten Oh Ja, hier ist ein Seil Oh Gott, Achtung Hä, ich hab, warum, warum ich, hab ich jetzt wieder Hä? Ich hab wieder full Energie Hä Lol, Alter, die sind einfach in zwei gestückelt worden What the fuck Guck dir das mal an Alter Boah Wie die Herzen und Lebern und Lungen Alter Okay, warte mal Wo bist du? Da geht's nicht mal, da kommen wir, wir geht's nicht, oder? Er kann ja, wir hatten wir am Anfang, konnten wir noch tauchen, oder? Hier geht's doch weiter, oder nicht? Ah, nee, wo, oder? Nee, in diesem kleinen Tümpel da, war nur ein bisschen armer und so, keine Achtung Was macht er denn? Nicht beschränkt, oder so Was will der? Ja, das ist provoziert, Alter Da provoziert, Achtung, Baby, oh, oh Keine Faxe, nimmst du? Da bin ich wieder rausgekommen Oh Bist du sicher, dass man da nicht weiter tauchen muss? Nee Hinter die auch Also, wir können halt schon, wir können halt schon gehen, dann lass uns gehen Okay Ich hab den Dings einmal so eine Respektschelle gegeben Hier, hier geht's weiter Hier Ja, nee, 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 das weiß ich, das gehe ich hier raus Oh, ich werde an Komm wieder zurück, wo man tauchen kann Alter, der habe ich übelst outplayt gerade Okay, weil ich komme zurück Boah, boah, shit Okay, let's go Let's go Da Ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist er dort noch irgendwas Oder so Und sonst gehen wir in eine andere Höhle Ja, ich bin mir halt gerade nicht mehr ganz Es muss doch hier irgendwo irgendwas sein Ich meine, wieso sollte sonst ein Boss da sein Ja, ich weiß nicht, ob ich dort war Weil wir schon ein spezielles gefunden haben Weil wir noch nicht fertig waren, weißt du? Ja Also vielleicht waren wir noch nicht fertig, aber ich habe halt dort trotzdem gespeichert Ja Ja, hast du da jetzt gespeichert bei dem Zelt? Ja, hab ich Okay, gut, ich nehme mich auf Warte mal So Hast du oben schon ein Feuer? Beim Lager? Ja, nee, aber hier oben Weil wahrscheinlich werden wir jetzt dann wieder kalt bekommen Oh, eine Apple Watch, der Ja Haha, ne Apple Watch Das ist bei mir auch Oh Gott, sorry Okay Kann ich wieder Bomben bauen? Nee, aber ich habe, ich habe nicht kalt, tatsächlich Also wie viel, Kim, wie hat's denn hier? What? Das ist ja auch normal, das sind ja reich, danach Wannst du? Ja, ich bin hier Können wir das hier aufsprengen? Okay Schade Marmelade Und hier liegt glaube ich dann das ganze, ich habe mit ihm unter vorne Das was? Äh, das ganze Dynamik Oh, ja, hier sind Feuer, warte mal, ich mache hier kurz Feuer Oh Bin das normal? Also ich gehe jetzt einfach zuerst mal zum Lager wieder zurück Also wo ich das letzte Mal ja war Ah, okay, ja Das wäre nicht das vorne, grad Ja, ich werde mich hier noch kurz fertig auf, so Ja, ich mache jetzt, ich habe jetzt hier kurz ein Lagerfeuer Das hat er noch geblitzt Weil dann kann ich noch kurz meine Hasen praten Ja, ich glaube Oh, lol, hier hat's ja noch Koffer Du hast die nicht aufgemacht Jetzt aber Medizin, jetzt Schießen wir hat sie aber Medizin Was du benötigst Bei den Koffern hier Bei dem, hier, bei dem Kinken oder was Dann gehe ich mal hoch Ich habe immer noch das Dingsgerät an, warte mal Auch, Dings Süßchen, du da Medizin, Digga Soll ich mal was das ausziehen, so Also ich habe auch so viel Stuff, denn das ist ja auch normal Oh, ja, hier, warte mal Hier war ich doch auch schon in diesem Zelt Oder nicht Oder nee, das war in meinem Story Mode Ja, ich habe gespeichert Ah, ja, ich weiß, wo das ist, warte mal Ja, aber warte kurz Ah, nee, das ist nicht hier Oh, wo geht's denn hier lang Gehen wir mal hier hoch Ja, nee, jetzt warte mal kurz Hier geht's dann weiter, aber das Irrelevant Wir haben hier noch was, Girls Ähm Ja, wir wollen ja So, hier Ja, gehen wir erstmal hier lang Ah, nee, da war nur noch der Boss, glaube ich Da war nur noch der Boss Oh, ja, ja Hier ist das Spiel abgestürzt Genau hier Ja, komm Aber den haben wir ja schon gemacht Also, wir müssen den ja nicht mal machen Aber Mutantenrüstung wäre halt trotzdem geil Aber den, den traue ich nicht mehr, Alter Da gehen wir nicht mal hin Oder später Das Ding ist halt, ich habe halt auch kein Stuff Also, kein Molotow und so Ja, das ist ein bisschen problematisch Aber du, hast du sonst Dynamiten und so? Also, Bomben Dynamite hätte ich noch, ja Bomben? Bomben halt, ich habe alles in meinem Lager abgestellt halt Ach, nee Ja, egal Ja, warum soll ich das eigentlich auch mitnehmen? Weil, warum soll ich Bomben mitnehmen? Ja, wenn wir in die Höhle gehen Boah Weiß Aber da vorne geht es auch nicht weiter Da vorne geht es raus? Da war ich auch schon da vorne Ja, da sind wir ja gezwungen runter zu gehen Das ist eine Sackgasse da vorne Ist hier aber vorne noch irgendwas? Ah, nee, stimmt Hier ging es ja noch runter Aber, äh Können wir zuerst noch ganz vorne gehen? Ich glaube, da vorne gab es irgendwie noch Also, wieso hast du da? Durchgehend Ausdauer, Alter What the fuck? Okay, ne, jetzt nicht mehr Ja, stimmt Hier waren Molotovs Können wir ja nicht gleich Oh, ja, genau Nehmen wir mit Oder zumindest du Leute, ich habe da so ein Oh Nee, das will ich jetzt nicht Hier, da mache ich die gleich zum Molotovs Speicher hier auch nochmal Ja, hier auch Sicher ist das Genau, sicher ist sicher Ob meine Taschen bleibt mir fast kündlich Okay Hier ist wirklich eine Sackgasse Okay, dann gehen wir trotzdem runter Kommt Wir haben jetzt den Molotovs wieder so ein bisschen Ja, gehen wir mal runter Oder hier Ja, gehen wir hier runter Ist da unten auch eben dein Boss oder ist da unten einfach nichts? Ich habe keine Ahnung, da waren wir eben noch nicht Keine Ahnung, was da unten ist Aber wahrscheinlich irgendein geilen Stuff, denke ich mal Okay, gut Ähm Weil bevor wir das machen, Leute War es das mit dieser Folge The Forest Schaut unbedingt bei Yeatsgabi vorbei Und in der Videobeschreibung verlinkt Das war es mit dieser Folge The Forest Bis zum nächsten Mal, Leute Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020